Samu, Regeneration lieber auf dem Fahrrad, an der frischen Luft oder in der Halle mit ein bisschen Musik? Je nach Situation. Normalerweise lieber nicht laufen gehen, sage ich mal, lieber auf dem Fahrrad, aber eigentlich würde ich dann schon auch eher sagen, mal drinnen in der Halle, ein bisschen eher Stretching, mit Musik natürlich. Samu, im Training Disziplin oder Spaß? Beides ist wichtig. Ich glaube schon, dass es eine gewisse Disziplin mal eigentlich die Basis sein muss, aber trotzdem ohne Spaß geht auch kein Training einfach so vorbei. Werte, Zuverlässigkeit oder Spontanität? Zuverlässigkeit, hätte ich gesagt. Nach dem Sieg feiern oder Speicher auffüllen und erholen? Bei mir ist das so, dass ich mal zuerst kurz ein paar Momente brauche, also wie du sagst, Speicher auffüllen, aber dann schon auch mal ein bisschen zusammenfeiern. Am Tag vorm Spiel lieber ablenken oder sich mit dem Gegner beschäftigen? Am Tag vorher eigentlich lieber noch mal ein bisschen mit dem Gegner beschäftigen und dann am Spieltag dann eher noch mal ein bisschen ablenken. Und letzte Frage. Thema Urlaub, Aktivurlaub in den Bergen oder entspannen am Strand? Momentan ist es bei mir tatsächlich so, dass ich lieber ein bisschen am Strand bin, mal einfach nichts machen muss. Klar kann man das auch in den Bergen machen, aber bei mir ist es momentan schon eher, will ich eigentlich lieber mal ein bisschen wegfahren und das ist dann schon eher an den Strand. Okay, super. Danke dir.